Und weiter geht es mit einer brutalen Folge von Dungeonborn. Wieder mit einer Gruppe unterwegs, diesmal mit dem Todesritter. Und ja, das ist alles, was wir jetzt so an Ausrüstung da haben. Und ja, schauen wir einfach mal, ne? Der Teamleader hat sich für... Ja, super. Für diese Karte hier entschieden. Und ich treffe erstmal tausendmal nicht. Nice. In den Hintern. So. Oh, 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 oh. Meins? Nein, ich bin zu langsam. Ach, Herr. Ja, mit der Beute. Tut mir leid, Bro. Oh, warte mal, das ist eine Kiste. Oh nein, oh, das ist auch ein... Boss. Den sollen wir vielleicht mal lassen. Ja, gönnt ihr die Kiste. Oh, 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 oh. Aber gut, war ja klar, dass es sich gönnt. Dann gönne ich mir wenigstens hier den Schrott. besser als nichts ja genau gebe ich das sieht gut aus ich glaube ist nur eine andere gruppe da tatsächlich ich scheint relativ zu sein wie ich gesehen habe müssen wir auf jeden fall ein bisschen aufpassen ja wir nehmen erstmal mit was wir mitnehmen können damit lucky lucky was drin ist wieder der mega natürlich so komisch gut den krieg man nicht mehr ich nehme einfach mal das ding hier recht mit oder auch nicht jetzt los als ich mal allein abhauen wurde die kuh ist da hinten irgendwo oh nice ne warte mal den hauen wir uns direkt rein weg damit so machen wir es halt so ja wenn die müssen wir etwas mitkriegen können also geht nicht wenigstens ein bisschen gülden ein paar güldene münzen ja die läuft so ein psycho ne naja folgen wir dem psycho warum nicht es ist ja nicht so dass hier schon leichen lagen und die andere gruppe genau hier irgendwo in der nähe ist irgendwie droppt hier heute gar nichts ne ja gut der nimmt jetzt wieder das grüne klar und ich gehe leer aus sollen wir da wirklich rein hier vorne durch echt na gut alles klar ach die kann man nicht mehr zumachen ne schade auch passen kollege nur müll nur müll am start ist traurig ist traurig ach so da ist ja noch einer wie geil lassen wir es mal da der belästigt ja niemanden nicht nur müll am start nicht nur müll am start ist doch nicht so so Ach, Mann. Oh. Nein. Mann. Okay. Ups. Ja, super. Das war irgendwie klar. Ich wusste es. Ich wusste, dass wir sterben werden. Ich wusste es einfach. Ja, super. Ja, unten her. Deine eigene Falle, Kollege. Hau ab. Hau lieber ab. Ja, die haben halt auch einen Heiler, ne? Na gut. Vorbei. Ja, das lief sehr gut. Also die letzten beiden Folgen liefen sehr gut und die lief jetzt, naja. Was soll ich dazu sagen? Was soll man dazu sagen? Gut. Okay, jetzt müssen wir auch mal passieren. Ich würde aber ganz gerne irgendwie, warte mal, haben wir hier Wille, Wille, Intelligenz. Ja, super. Glaube, Geschick, Ausdauer. Äh, stärker, ja, okay. Grüßt ihr uns ein bisschen aus? Ich belege gerade, ob ich hier einfach zerkleinere. Suche uns eine andere Gruppe. Die war nix. Gut, ich habe auch nicht, äh, wirklich, ähm, ja. Ihr wisst schon. Jetzt verballe ich hier nur meine Tränke wieder, ne? Warte mal. Dann hauen wir uns noch. Wir stehen hier abstürmen. Ja. Nee. Oder? Wie nehm ich den? Oder? Ja, doch. Der ist ganz gut, äh, das ist das. Das ist das. Dann mache ich mir einmal noch mal so ein Spiel wert. Ja, da mit. Eigentlich. Komm. Komm, gönnen wir uns. Wozu habe ich es denn gesaved? Wozu habe ich es gesaved, Leute? Das lassen wir einmal da. Den Kramir könnte man eigentlich weghauen. Das muss nicht sein. Äh, nee, ach. Was mache ich denn da? Jetzt hauen da alle irgendwie aus der Gruppe ab. Was ist denn da los? Sehe ich so schlecht aus. Okay, noch eine Hose. Ja, komm. Ein bisschen grünen Kram müssen wir holen. So, also. Zack. Hose. Uhr. Handschuhe. Jetzt überlege ich, ob ich doch noch einen Ring hole. Ich glaube, die sind ja eh nicht so teuer. Äh, Stärke hier. Gut, her damit. Her mit den guten Kram. Oh, sogar Midas. Sehr cool. Ja. Das passt doch. Alles klar. Verbände. Könnten wir noch notfalls... Obwohl, ich finde ein bisschen welche. Geschrieben ist eine gute Kombo. Fokus. Aber weißt du, dass ich deutsch kann? Ach, einfach Ray. So, was habe ich für eine Item-Lobble jetzt? 21. Gut. Komm. Ich würde sagen, wir sehen uns drinnen wieder. So, wir sind wieder im Dungeon. Diesmal nur als Duo-Gruppe unterwegs, Leute. Und ja. Ich würde sagen, wir machen mal Duo. Der gute Herr wollte es so haben. Und vielleicht ist das eine gute Idee. Der hat gesagt, die Kombo ist gut. Ich vertraue dem Mann. Oder dem Jungen. Was auch. Ist auch eigentlich egal. Dann mit der Beuter. Ja, und gucken wir mal, dass wir heute vielleicht richtig geilen Loot rausziehen, ne? Habe ich einen Mana-Trank mitgenommen? Na, egal. Will der keinen grünen Loot mitnehmen? Alles klar. Anscheinend nicht. Alles klar. Mal reingucken. Der rennt überall nur durch, ne? Wie so ein Geistesgestörter. Oh, grün. Ah, gut. Besser als nichts. Ich darf nichts auf. Ist er nur blau? Oh. Nice. Cool. Cool, cool, cool. Ach, da will ich den Boss machen, oder wie? Ups. Sorry. Das war nicht mit Absicht. Okay. Okay. Ganz ruhig. Kollege, ganz ruhig. Heheheheh äh, 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 äh. Limmig. Hatsme adjust. oh 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 oh. Einfache Geschichte hier. Ja, damit. Okay, das war... ...glaub ich ein bisschen unvorsichtig. Eeeh, ganz ruhig. Ich habe keinen weiteren Heiltrank. Bandage habe ich aber noch. In deinen Träumen vielleicht. Nice. Ja, loote ruhig. Oh, cool. Okay, ist hier nicht noch so eine Kiste eigentlich? Ich weiß, ob ich was verpasst. Obwohl, nee. Können wir es mal lassen als Verband? Komm, ich brauche noch mal irgendwie ein Heiltrank oder so. Ach, guck mal. Genau, wie man davon spricht. Perfekt. Ne. Ja, bis jetzt irgendwie alles free loot, ne? Läuft doch ganz gut. Aber irgendwie... Wir haben schon ein paar nette Sachen, aber ich bin noch nicht zufrieden. Ich will mal blau. Ja. Ja, dann lauf mal vor. Keine Ahnung. Wo willst du denn hin? Warte, am Tanzen? Mal schreien, der will zum nächsten Boss. Oh. Ja, immer her damit. Das gönne ich mir mal. Aber andere Spieler bis jetzt noch nicht. Grün, grün, grün. Nehme ich gerne mit. Ich bin noch nicht. Bingo? Der Nö Oh Oh Den können wir mitnehmen, falls einer stirbt Und Weg mit dem Müll Schade aber auch Hier ist ja auch noch eine Kiste Was soll der mal da machen Ja ich komm sofort Ein Moment Ganz ruhig Ja Ah Mann Einmal kurzen Trank snacken Okay Nice Alright Das war nicht so gut würde ich sagen Der Nichts looten Keine Ahnung Irgendwie hat der nicht so Bock zu looten ne Der will eher Seinen spaß haben Und rum killen Ist das hier Wille Midas Gern nach tränken schauen Den könnte man sich mal reinhauen Den könnte man sich mal reinhauen Geil Heiltank Das wird schon Das Wird schon das Portal für die gelobt Aber ich glaube wir gehen ein bisschen um die rote Ebene oder? Hier ist doch ne nette Kiste Ja komm der macht den alleine Ja komm der macht den alleine Das macht der schon Alright Der hebt nix auf ne Der hebt nix auf ne Der hebt nix auf ne Ich weiß nicht auf welche Waren er aus ist Ja können wir erstmal mitnehmen Ja der Typ ist anscheinend machin ne Abstimmung Ja komm Der braucht mich gar nicht Nochmal was grünes Ja gut Die sind auf jeden Fall auch immer ganz gut Ja heiltankst oder so 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 Ach 8 Zwei was blaues cool Noch ein grüner Star Ah Jetzt trocken wir gut geht leider nicht aber nicht mitnehmen so ist nun mal das leben schatten dingens finden wir das mit dem schatten mit dem kollegen also Ja, nette Beute gemacht bis jetzt. Und da scheint kein anderer da zu sein. Ein bisschen blaues Zeugs wäre vielleicht noch ganz... Ups. Cool. Habe ich einen Trank noch drin oder so? Nö. Was hat er da hinten jetzt schon wieder vor? Oh, das ist ein Loot für mich. Ah. Cool. Ja. Ähm. Ja. Was machen wir da jetzt? Keine Ahnung. Obwohl, das Fragment habe ich doch schon, oder? Weiß nicht. Rote Ebene? Na gut. Ja, warum nicht? Warum denn noch nicht? Gut. Ich würde aber sagen, in der nächsten Folge machen wir da weiter. Wenn es euch gefallen hat, bewerten und kommentiert nicht vergessen. Und bis zur nächsten Folge wieder. Untertitelung des ZDF, 2020